Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Jupiter, Mars und der Nahostkonflikt. Was sagen die Sterne im November? Mein Name ist Monika Kardinal und ich werde dich heute mitnehmen auf eine Reise durch die Sterne und die politische Lage im Nahen Osten. Der Nahostkonflikt ist ein komplexes und seit Jahrzehnten andauerndes Problem. Er ist ein Konflikt, der uns alle irgendwo betrifft, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. In diesem Podcast wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die viele Menschen beschäftigt. Kann Astrologie einen Einfluss auf die politische Lage nehmen und wie wird die Situation im kommenden Monat sein? Im November 2023 stehen mehrere astrologische Ereignisse bevor, die für den Nahen Osten von Bedeutung sein könnten. Dazu gehören die Opposition von Jupiter, die Konjunktion von Mars und Jupiter und die Mondbedeckung durch die Venus. Wir werden uns diese Ereignisse genauer ansehen und prüfen, ob sie Chancen für Frieden im Nahen Ost bieten könnten. Aber nicht nur das. Ich werde euch zeigen, welche spirituellen Entwicklungsmöglichkeiten sich im November bieten. Denn Astrologie ist nicht nur eine Methode, um die Zukunft vorherzusagen, sondern auch ein Weg, um uns selbst und die Welt um uns herum besser zu verstehen. In diesem Sinne möchte ich euch auch auf unser wichtiges Seminar in Marburg hinweisen am 18. und 19.11., wo du die Ausbildung zum Bioenergietherapeutin erhältst mit den neuesten Heiltechniken, die wir zusammen ausführen. Ich werde dich dort persönlich betreuen und du wirst auch gleich die Rückmeldung bekommen, wenn du in der Partnerübung deine Heilanwendung gibst. Der Link zum Seminar befindet sich unter diesem Podcast. Und am Ende des Podcasts werde ich euch eine Prognose für jedes Sternzeichen für November geben. Seid also gespannt, was die Sterne für euch bereithalten. Ich freue mich sehr, euch mitzunehmen auf diese spannende Reise durch die Sterne. Im November 2023 stehen uns einige astrologischen Ereignisse bevor, die uns in Atem halten werden. Wir betrachten zunächst die allgemeinen Tendenzen, bevor wir uns der politischen Lage im Nahen Osten zuwenden. Am 3. November erreicht Jupiter seine Opposition, was bedeutet, dass er der Erde am nächsten ist. In diesem Jahr ist Jupiter besonders hell und kann mit bloßem Auge beobachtet werden. In der Astrologie steht Jupiter für Wachstum, Expansion und Glück. Seine Opposition könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir in dieser Zeit neue Möglichkeiten sehen, um unser Leben zu verbessern. Am 9. November wird die Mondsichel von der Venus bedeckt. In der Astrologie steht die Mondsichel für die weibliche Energie, die Venus für die männliche Energie. Die Bedeckung könnte ein Zeichen sein, dass diese beiden Energien in Einklang gebracht werden und dass wir in dieser Zeit unsere innere und äußere Welt in Einklang bringen können. Am 12. November treffen Mars und Jupiter am Himmel zusammen. In der Astrologie steht Mars für Aggression und Kampf, Jupiter für Wachstum und Expansion. Ihre Konjunktion könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir in dieser Zeit bereit sind, für unsere Ziele zu kämpfen und Kompromisse einzugehen. Wir können also in den nächsten Wochen sehr gespannt sein, wie die astrologischen Kräfte uns beeinflussen werden. Die politische Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt. Es ist insgesamt schwierig, etwas Positives über die Konfliktsituation im Nahen Osten zu berichten. Merkur steht ja am 4. November in Opposition zu Uranus und Saturn beendet seine Phase der Rückläufigkeit. In diesen Tagen könnten wir uns mit einer Fülle an Ereignissen und Neuigkeiten konfrontiert sehen, die unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Streit liegt in der Luft und ganz neue Konflikte könnten unvermittelt ausbrechen. Gleichzeitig könnten sich aber auch komplexe und heikle Probleme mit Sorgfalt, Entschlossenheit und Ausdauer lösen lassen. So kommt es jetzt auf das Geschick der verhandelnden Personen an. Es ist unklar, wie es in Zukunft weitergehen wird. Die Situation könnte sich auf weitere Gebiete ausweiten. Dies könnte zu einer neuen Eskalation des Konfliktes führen. Aber es ist auch möglich, dass es zu neuen Friedensinitiativen kommt. Dies könnte die Grundlage für eine dauerhafte Lösung des Konflikts schaffen. Dies würde eine humanitäre Pause bringen, aber den Konflikt nicht lösen. Insgesamt hat die Situation im Nahost auch Auswirkungen auf die Weltpolitik. Diese Situation trägt zur Instabilität der Weltsituation bei und kann zu einer weiteren Radikalisierung führen. Es könnte zu steigenden Energiepreisen führen. Dies würde die deutsche Wirtschaft belasten. Die Preise für Rohöl und Erdgas sind seit Beginn des Konfliktes im Nahen Osten bereits gestiegen. Dies könnte die deutsche Wirtschaft belasten, da Deutschland einen großen Teil seines Energiebedarfs aus dem Nahen Osten deckt. Die Konflikte im Nahen Osten sind für Deutschland noch nicht vollständig absehbar. Es bleibt also noch ein wenig abzuwarten, was da geschieht. Aber das Wichtigste ist, dass wir in unserem Herzen den Frieden tragen und nicht in die Angstenergien hineingehen. Denn nur so können wir Frieden bewirken und die dunkle Seite nicht mit Angst nähren. Das ist wirklich sehr wichtig und dies lege ich euch ans Herz. Der Neumond könnte neue Chancen für politische Veränderungen eröffnen. Der November 2023 könnte also ein Monat mit einer möglichen Talsohle sein. Es ist möglich, dass es zu Konflikten und Auseinandersetzungen kommt. Gleichzeitig gibt es aber auch positive Aspekte, wie die Möglichkeit für Fortschritte und neue Chancen. Ich möchte euch ermutigen, diesen November als eine Zeit der Transformation und des Wandels zu nutzen. Es ist eine Zeit, um unser Leben zu verbessern und unseren spirituellen Wachstum einen neuen Schub zu geben. Und jetzt möchten wir uns den astrologischen Ereignissen für die einzelnen Sternzeichen zuwenden. So haben wir den Witter. Im Witter bist du bereit für neue Herausforderungen. Du hast das Gefühl, dass du dich weiterentwickeln und etwas Großes erreichen kannst. Nutze diese Gelegenheit, um deine Ziele zu verfolgen. Lieber Stier, im November bist du in einer kreativen Phase. Du hast viele neue Ideen und bist bereit, sie umzusetzen. Nutze diese Energie, um etwas Schönes zu erschaffen. Die Zwillinge, lieber Zwilling, du bist in einer sozialen Phase. Du hast Lust, neue Leute kennenzulernen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Nutze diese Gelegenheit, um deine Beziehungen zu stärken. Lieber Krebs, im November bist du in einer emotionalen Phase. Du bist sensibel und empfindsam und hast das Bedürfnis, dich mit anderen Menschen zu verbinden. Nutze diese Energie, um deine Gefühle zu erkunden und zu verstehen. Der Löwe, lieber Löwe, du bist in einer sehr selbstbewussten Phase. Du hast das Gefühl, dass du alles erreichen kannst. Nutze diese Energie, um deine Ziele zu verfolgen und deine Träume zu verwirklichen. Liebe Jungfrau, du bist in einer pragmatischen Phase. Du hast einen klaren Kopf und bist bereit, an deinen Zielen zu arbeiten. Nutze diese Energie, um deine Pläne umzusetzen und deine Ziele zu erreichen. Liebe Waage, im November bist du in einer harmonischen Phase. Du hast das Bedürfnis, mit anderen Menschen in Einklang zu sein. Nutze diese Energie, um deine Beziehung zu stärken und Konflikte zu lösen. Skorpion, lieber Skorpion, du bist in einer intensiven Phase. Du hast das Bedürfnis, die Wahrheit zu finden und Geheimnisse aufzudecken. Nutze diese Energie, um deine Ziele zu erreichen und deine Träume zu verwirklichen. Lieber Schütze, für dich steht der November unter dem Zeichen der Expansion und des Optimismus. Du bist in der Lage, neue Ziele zu setzen und neue Wege einzuschlagen. In der ersten Novemberhälfte kannst du dich auf neue Chancen im Ausland und in der Bildung freuen. In der zweiten Novemberhälfte solltest du dich den Herausforderungen in der Liebe stellen. Lieber Steinbock, für dich steht der November unter dem Zeichen der Struktur und der Disziplin. Du bist in der Lage, deine Ziele mit harter Arbeit zu erreichen. In der ersten Novemberhälfte kannst du dich auf neue Chancen in der Karriere und im Beruf freuen. In der zweiten Novemberhälfte solltest du dich auf Herausforderungen in der Gesundheit einstellen. Lieber Wassermann, der November steht unter dem Zeichen der Individualität und der Kreativität. Du bist in der Lage, deine eigenen Wege zu gehen und neue Ideen zu entwickeln. In der ersten Novemberhälfte kannst du dich auf neue Chancen in der Wissenschaft und der Forschung freuen. In der zweiten Novemberhälfte solltest du dich auf Herausforderungen in der Familie einstellen. Lieber Fisch, für dich steht der November unter dem Zeichen der Intuition und der Spiritualität. Du bist in der Lage, deine innere Stimme zu hören und deinen Zielen zu folgen. In der ersten Novemberhälfte kannst du dich auf neue Chancen in der Kunst und in der Kultur freuen. In der zweiten Novemberhälfte solltest du dich auf Herausforderungen in der Karriere einstellen. Ich wünsche euch allen Frieden und Kraft, sodass ihr gut durch diesen November hindurchkommt. Glaubt immer an das Positive und nutzt eure innere Stärke und bewertet nicht. Geht mit eurer Herzensenergie an alle Herausforderungen ran, so werdet ihr gut durchkommen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr gerne mehr solche Nachrichten von mir erhalten möchtet, dürft ihr diesen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart. Wir sehen uns zum nächsten Video oder Podcast deines Marana. Wir sehen uns zum nächsten Video.